ich bin heute mal wieder aus meiner werkstatt wir haben ein kleines problem am einstein und zwar ist die bremse durch wir sind ja im sauerland umher gefahren und da bin ich ja diese 15 prozent steigung runtergefahren über fast vier kilometer danach waren meine bremsen so heiß und ich hatte keinen druckpunkt mehr dass da heute mal ein paar neue bremsscheiben drauf kommen die anderen sind jetzt ein jahr alt haben gute 10.000 kilometer gemacht ungefähr jetzt kommt da mal was anderes drauf das sind center line oder so ähnlich heißen die die sollen ganz gut sein die probiere ich jetzt mal habe ich selbstverständlich schon ausgepackt mit man nicht ganz so viele werbung machen aber ein bisschen dann gibt es einmal bremsbeläge von meiner lieblingsfirma schimano selbstverständlich und dann wollen wir das ganze mal in gang bringen als weiteres habe ich mal eine entlüftung set gekauft da ist ein bisschen öl bei ich weiß nicht ob das reichen wird aber wir werden auch mal zumindest die vordere bremse entlüften weil die ist echt butterweich das ding und ich kann die bis angriff ran ziehen und das kann so nicht richtig sein da kriegt man ein bisschen p wenn man damit 58 klamotten den berg runter brettert und steht voll in der bremse und es wird nicht langsamer dann ist das ziemlich uncool auch für einen speedy ich weiß wer später bremst ist länger schnell aber wenn es drauf ankommt möchte man doch mal ein bisschen anhalten so jetzt habe ich hier gerade mal ein bisschen ordnung geschafft weil hier auch so ein bisschen alles durch die gegend aber ja noch ein bisschen am roma von sind und am roma basteln saß dann hier aus wie schlag ins maul ja das darf da noch weg hier haben wir übrigens noch einen schönen handy halter der für das fahrrad gedacht ist ja und mein bio bike ist auch wieder auf vordermann und so wie es aussieht werde ich dieses jahr noch einen zweiten versuch starten meine 24 stunden tour zu fahren aber dazu erzähle ich euch später mehr nun gut ich würde sagen es geht los nach dem intro ja ihr wollten intro ich habe euch in der community gefragt und neun wie waren das jetzt 97 prozent aller abstimmer haben gesagt bitte wieder ein intro rein machen habe ich jetzt gemacht ich habe meine ganzen kameras umgestellt und ich habe jetzt auch bei meinem schnittprogramm rausgefunden wie ich in 2,7 und 4k filme hochladen kann mal gucken was ich da so in zukunft tut aber wie gesagt jetzt erst mal das intro und dann geht's mit dem fahrrad und die bremse los so wir werden jetzt als erstes erstmal den splint los machen die bremsbeläge raus hier dieser gummipinökel da wird dann die bremse aufgemacht damit die flüssigkeit auch durchgeht ich werde jetzt erstmal hier das auf biegen hoch biegen ausmachen bremsbeläge raus belege wie gesagt entnehmen dann die ganzen sattel sauber machen die kolben zurückdrücken und dann gucken wir mal was war da oben machen können dann müssen wir nämlich hier oben den behälter drauf setzen die ganze bremse ein bisschen gerade stellen und dann wollen wir mal schauen wie viel luft da wirklich drin ist jetzt drücken wir die belege einfach nach vorne die sollten wir nicht nach vorne einfach rauskommen und da habe ich sie in der hand ja die sind nicht mehr ganz so toll auf der seite sogar noch schlimmer einmal neu wenn man die belege neu machen bei den neuen belegen jetzt auch immer diese klammer dabei neu dem beides neu ja die sind schon ausgefranst hier an der seite da wäre zwar theoretisch gesehen noch ein bisschen was drauf aber das ist nicht mehr schön so weg damit so weg damit Und jetzt kommt die Kaffee in die Kaffee. So, bei der Borge drückt. Na ja, die eine Seite geht mehr als die andere. Ja, beide Bremsbacken, beide Bremszylinder gehen. Jetzt werde ich da glaube ich erst mal andere Beläge reinstecken. Ne, mache ich nicht, ich werde jetzt erst entlüften. So mache ich das, ich mache mal hier auf, mal gucken was da so drin ist. Oh, hier Anschlussstücke. Stütze, Behälter, Schlauch. Ah, dieser Penuzzi, der kommt hier rein, damit wir nachher keine Luft ziehen. Und dieses Ende wird oben auf die Bremse drauf geschraubt. Und ich glaube, ich brauche hier gar kein Adapterstück dran zu machen. Weil ich an der Bremse ja diesen Gummipinökel habe. Da müsste theoretisch gesehen der Schlauch drauf passen. Gucken wir mal. Und Handschuh, immer wichtig, wenn ihr an der Bremse arbeitet, an den Bremsscheiben und sowas, zieht euch Handschuhe an. Ja, Bremse entlüftet habe ich selber so noch nicht, aber irgendwas ist immer, ne. Ich hoffe nur, dass mein Öl reicht. Und Achtung, ihr müsst für die Bremse, es steht immer drauf, Mineralöl nehmen. Ihr könnt ja nicht irgendwelche Bremsflüssigkeit vom Auto nehmen oder irgendwie sowas. Weil der Siedepunkt von der Bremsflüssigkeit fürs Auto ist niedriger als der Siedepunkt von dem Mineralöl für die Scheibenbremsen. Beim Fahrrad ist das Material dünner und deswegen wird dann beim Bremsen die Bremse heißer als beim Auto. Habe ich auch nicht geglaubt, musste ich selber nachgoogeln, ist aber so. Der Unterschied zwischen Auto und Fahrradbremse beträgt im Siedepunkt fast 100 Grad oder genau 100 Grad. Also Mineralöl nehmen. Immer schön das nehmen, was draufsteht. Ich bereite mal vor. Ja, ich weiß nicht, wieviel man da jetzt von nehmen muss, aber ich ziehe das erstmal hier ganz zurück. Und drücke das dann hier die Luft raus. Bis hier oben am Schlauch. Nur nach Bremsflüssigkeit ist. Und jetzt ist hier oben am... Hier ist keine Luft mehr. Jetzt stecke ich das Ganze aufs Fahrrad. Komisch, komisch. Jetzt nehmen wir uns den 2er Imbus. Schraube hier oben die Schraube auf. Da drüben steht, ganz klein wenig nach unten geneigt, sodass die Luft schön weg kann. Ich hoffe, das verdreht sich jetzt nicht. So, jetzt nehme ich den 2er Imbus und schraube hier oben die Schraube auf. Da drüben steht, ganz klein wenig nach unten geneigt, sodass die Luft schön weg kann. Ich hoffe, das verdreht sich jetzt nicht. Das hier ist die kleine Schraube. Jetzt haben wir nämlich gerade schon ein Problem. Ich zeige euch das. Hier oben ist jetzt ein ganz kleiner Dichtring drin. Wow. Den hier. Den dürfen wir auf gar keinen Fall verlieren. Ohne diesen Dichtring wird die ganze Pflanze nicht mehr dicht. Und das wäre dann echt dumm. Wir werden diesen Dichtring gleich wieder auf die Schraube stecken. Damit wir ihn auch bloß nicht verlieren. Da ist er jetzt drauf. Dann lassen wir das hier schön liegen. Hier in den Becher mache ich einen ganz kleinen Tropfen Flüssigkeit rein. Und schraube das jetzt hier vorsichtig drauf. Ganz vorsichtig. Das ist nur Plastik. Und nach Möglichkeit Fahrradlenker fixieren. Habe ich natürlich auch nicht gemacht. Ich muss diesen Fahrradlenker fixieren. Das geht so nicht. Das ist doof. Wo sind meine Spanngurte? Ich muss diesen Fahrradlenker erstmal festmachen. Wir sehen uns gleich. Geht gleich weiter. Da steckt das schon drauf. Da unten ist das Ding schon dran. Und bevor ich da unten irgendeine Schraube aufmache, werde ich mein Fahrradlenker erstmal so festmachen, dass er hier stehen bleibt. Ohne dass hier irgendwas Blödes passiert. Hätte man vorher drauf kommen können. Alter. Ich mach mal. Geile Konstruktion. Aber es tut genau das was er soll. Der Lenker bleibt gerade. So jetzt werde ich hier oben die Schraube aufmachen. Und dann werden wir mal gucken, ob wir da oben irgendwas rein und raus kriegen. Wenn wir Glück haben, ist das auch ein zweieinhalber. Nein. Müsste eher ein Dreier sein. Und wir kommen da echt blöd dran, weil die obere Schraube im Weg ist. Aber ich möchte die jetzt nicht unbedingt. Tja, ich muss die Schraube los machen. Ich muss die Schraube los machen. Geht nicht. Ja, jetzt konntet ihr das gerade nicht sehen. Ich habe jetzt hier die Schraube los gemacht. Das ist ein Dreier Inbus. Und schon ist hier unten Luft raus gekommen. Jetzt werden wir mal ganz vorsichtig gucken, was passiert. Ah, blöd. Man sollte den Pinüppel mal aufmachen. Oh, da kommt ja voll fies Luft raus. Das ist ja echt übel. Oh ja, ich habe reichlich Luft drin. Und was für eine Brühe. Wenn ich nicht würde, wenn ich nicht wieder fühle, die Schraube los mache, Wie ist das? Das ist ja auch ein Dreier. Das ist ja auch ein Dreier. Und dann wird das Kastanzler. Das ist ja auch ein Dreier. Das ist ja auch ein Dreier. Ja, ich habe das Kastanzler. Das ist ja auch ein Dreier. Das ist ja auch ein Dreier. so jetzt habe ich die schraube der festgemacht ich habe jetzt gute zehn milliliter 15 milliliter habe ich durchgehauen und hier oben die farbe hat sich deutlich verändert jetzt werde ich hier abdrehen genückel habe ich drin ja das rote zeug steht bis oben hin das los da fast raus muss ich diese brühe hier mal entsorgen jetzt muss ich meinen nutze hier wieder haben der gummi der dichtring ist da drauf heute habe ich da drin da läuft es raus also wir sind auf jeden fall bis oben hin mit bremflüssigkeit voll fest und gleich abwischen bremflüssigkeit ist nicht schön wenn man die um warum kleben und umsuchen hat also wischt es gleich ab ich habe ja und da sollte man vielleicht nicht machen sagen wir mal unten die beiden keile einsetzen die passen nicht so das ist das entscheidende gewesen die anderen beiden stücke die dabei waren haben nicht gepasst jetzt habe ich den da rein gesteckt und ich habe hier oben richtig zug auf der bremse ich denke mal das hat was gebracht wir sollten wieder richtig druck haben die andere seite seht ja hier die kann man so wie weit hier weg geht man sieht hier ist ein lenker dann und hier also ich denke mal das ist gut jetzt stopfen wir da mal die neuen belege rein neue scheibe drauf und dann probieren was mal was für ein terror noch nicht gemacht mal gucken ob es funktioniert hat sage ich euch dann hinterher ich mach mal eben die abstand fällt dann immer raus noch mal ein wenig grenzenreiniger drauf dann kann ich noch irgendwelche grenzlüssigkeit da dran haben und die dinger schmieren hier auseinandergefallen so einmal hinein jetzt wirst du hier hinten gucken da das auch wirklich der stift durch alle drei teile durch geht und ob er das getan hat seht ihr einfach daran jetzt hier drauf drückt dass die belege nicht mehr nach vorne gehen jetzt an den kanten noch krumm biegen und dann ist die erste seite fertig weh Oh, man. Erste fertig. Jetzt noch einmal sauber machen mit Bremsenreiniger und dann baue ich es ein. Bis zum nächsten Mal. Ich habe beide Schrauben losgemacht. Jetzt ist der Sattel hier frei beweglich. Jetzt werde ich oben bremsen, werde oben fixieren und dann schrauben wir uns hier wieder fest, dass die Bremse ausgerechnet sein. Ich weiß nicht, ob ihr mich seht, aber ich bremse jetzt hier oben. So mache ich hier meinen Klett drum, dass die Bremse auf Spannung bleibt. Jetzt drücken sich die Bremsbacken dagegen und richten damit den Bremssattel aus. Ich habe hier oben jetzt voll auf Spannung ein Klett drum gemacht. Hier unten die Schrauben sind los, jetzt drehe ich die Schrauben einfach nur fest und dann sollte die Bremse wieder ausgerichtet sein. Das soll es gewesen sein. Jetzt machen wir das hier oben wieder los, aber ich habe jetzt hier noch richtig viel Platz, ich kann hier noch voll den Daumen durchstecken und die ist voll auf Zug. Ah, schleift noch. Klingt nicht so witzig. Warum ist das so? Ich muss noch mal dran gucken, aber ich glaube, das schleift sich gleich ein. Ja, jetzt bin ich hier hinten dran. Diese Scheibe hier hinten hat noch 175 mm. Müsste man noch nicht tauschen, aber da ich jetzt zwei neue gekauft habe, mache ich das. Und wenn es einmal sich alles einschleifen muss, dann gefällt es auch hinten und vorne. Hm, wird eh nervig die ersten paar Kilometer. Nun gut, ich schraube das mal los, tausche das aus. Ist ja genau das gleiche Prinzip wie bei der vorderen Bremse. Von daher, wenn jetzt nicht noch irgendwas Tolles passiert, soll es das mit dem Video schon gewesen sein. Ich zeige euch hinterher nochmal, wie es jetzt aussieht, wenn die anderen Bremsen da alle drin sind. Ansonsten bis gleich. Ob man das sehen kann. Aber seht ihr, wie schön die verfärbt sind. Die haben richtig, richtig Temperatur gekriegt. Obwohl die hintere, naja, man sieht das immer so ein bisschen an den Ansätzen. Ich weiß nicht, ob man es auf dem Video sieht. Die sind auf jeden Fall ganz ordentlich verfärbt. Vielleicht sind die auch zu heiß geworden. Ich hebe es trotzdem erst nochmal auf. Ich mache da jetzt sauber und dann kommt die andere da drauf. Tja, Leute, das war es wieder mal mit der Reparation. Hier vorne die Schraube, die kann ich hier so aus dem Loch ziehen, aus der Schaltung ziehen. Ich habe mich immer schon gewundert, warum hier oben immer ein Proppen dran ist. So, wenn ich die hier, die hält hier überhaupt nicht mehr. Die konnte ich hier eben gerade so abziehen. Ich denke mal, das ist auf jeden Fall der Grund, warum ich hier auf der hinteren Bremse kein Power mehr drauf habe. Entweder ist diese Schraube hier im Eimer oder das Gewinde da oben. Das weiß ich noch nicht. Also die macht hier gar nichts mehr. Da brauche ich gar nicht mit dem Schlüssel dran versuchen, irgendwas festzuschrauben. Können wir mal. Aber ich habe die Spritze hier schon aufgezogen. Das ist übrigens das alte Zeug, was aus der vorderen raus ist. Das habe ich jetzt gerade da aus dem Becher gezogen. Und so sieht das neue aus. Aber wenn da vorne der Bremshebel natürlich Fratze ist, dann brauchen wir an der Stelle gar nicht weiter zu machen. Dann kann ich mir erstmal neuen Bremshebel bestellen. Das würde natürlich einiges erklären. Da tut sich gar nichts mehr. Oder? Oder? Ganz, ganz komisch. Die Dinger werden nur ganz leicht angezogen. Weil es ja nur so ein wickiges Gewinde ist. Jetzt scheint es zu gehen. Na gut, ich stecke doch mal ein paar Bremsbeläge rein und gucke mal. Weil ich wollte eben gerade den Behälter draufsetzen. Und wollte die entlüften. Und da kommt mir die Schraube da schon entgegen. Ich werde das auf der Seite mit dem Entlüften jetzt erstmal lassen. Ich werde jetzt die Bremsbeläge da wieder reinstecken. Neue. Und dann werde ich mal gucken, was passiert. Tja, ich bin es nochmal. Bremsbeläge sind drin. Scheiben sind auf. Es bremst auch, komischerweise. Volle Pulle. Ich konnte sie nicht entlüften. Aber es scheint dicht zu sein. Und ich habe wieder Vollzug auf der Bremse. Vorne auch. Und dann. Und dann. Und dann. Es schleift natürlich. Aber es bremst wieder. Ich kann dir jetzt nicht genau, oder ich kann euch jetzt nicht genau sagen, warum das jetzt schleift. Ausgerichtet habe ich das jetzt schon zweimal. Aber ich werde erstmal eine Runde mitfahren. Mal gucken, was die Bremse so macht. Werde mir eventuell mal mehr Werkzeug mitnehmen. Und dann werden wir das mal gucken. Weil vorne schleift es ja auch. Mal gucken, wie lange das dauert, bis sich das alles eingeschliffen hat. Und bis das in Ordnung ist. Nun gut. Dann würde ich sagen, lasse ich das jetzt erstmal so. Fahre damit. Und dann erstatte ich bei Gelegenheit Bericht. Das können wir ja mitkriegen, wenn ich damit wieder am Fahren bin. Und das schlaft immer noch. Also von daher war es das jetzt wirklich mit dem Video. Ich verbleibe euer Spiegel. Wir sehen uns in irgendeinem anderen Video. Bis dahin. Ciao, ciao, bye, bye. Und see you soon. Ciao. Ciao.